Willkommen zu einem neuen Video, seit langer Zeit. Heute spielen wir ein bisschen CSGO. Es wird doch bald einen Livestream geben, weil der Tobi, der ist nicht da und ich habe nichts zu tun, deswegen... Ja, und wir arbeiten uns jetzt hier in diesen drei Videos durch diese drei Kriegsspiele. Als erstes fangen wir mit dem fliegenden Scout Schützen an, dann gehen wir zur Zerstörung und dann gehen wir zum Wettrüsten. Ach ja, jetzt ist oben rechts nochmal eine Abstimmung, was ihr lieber sehen möchtet. Ach du Scheiße, nee. Also, oben rechts nochmal eine Abstimmung, was ihr lieber sehen möchtet. Video mit Facecam oder nicht mit Facecam. Naja, wir führen gerade 4 zu 3. Ja, ich spaw natürlich hier außerhalb, das ist immer das gleiche. Oh, nein. Oh, den nicht gesehen. Der war nice. Jawoll. Was? Als ob ich nicht bekommen habe. Oh, wie sie alle AFK sind. Oh. Ja, guckt euch die Facecam an. Das ist übrigens mein neues YouTube-Maskottchen, wenn ich das so sagen darf. Guckt mal, ohne rechts, da seht ihr dieses kleine Symbol beim Video. Oh, ja. Nein. Schade. Habt's wohl Kills gemacht. Ach gut. Oh, shit. Wow. Schwetzki. Da, super bläht. Woll. Wie schnell das geht, WTF. Ist ja langweilig. Kur 33 Grad. Oh, shit. Er hat das Essen. Ich dachte schon. Der Kacke. Ist ja langweilig. E-Dowels YouTube Chanel. Ah. Der macht Product Placement für eine Parfummarke. In CSGO. Die Leute schwitzen, ey. So hart. Mann. Geht doch. Oh, haha. Oh, fast. Hehehe. Was klotzt denn so blöd? Hallo. Geht doch. Wir wollen heute nur den 360 Grad Auskauf schaffen, gell? Jürgen, ey. Steve Jobs, Oma. Sind sie dann? Nein, nein, nein. Voll. 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 Oh, ich habe aber noch gehittet. Jetzt holen sie dir. Mann, bist du schlecht. Jawohl. Die Schnecke. Die Schnecke. Suker. Geht doch. Kein Mann ist das, ey. Hey, du da. Ja. Ja, ich. Hallo. Mann. Komm schon. Ja. Nein. Oh, Mann. Auf so ne... Oh. Uh. Okay. Sehr gut. Hey. Hey. Oh. Sehr schlecht. Komm, spring hoch. Oh. Oh. Oh, sei das inkompetent. Ah. Natürlich. Ja. Reflexe. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ah. Oh. Was war das denn? Oh. Ja. Durch die Wand. Komm. Wir müssen das gewinnen. Jawohl. Die Fettsack-Schnecke. Ja. So kriegst du meine Eltern nicht da. gut leute das war es dann jetzt mal für das video für ja ist es flieger scout schütze hier abonniert meinen kanal und folgt der fett sack schnecke ist ja wir sehen uns dann irgendwann anders wieder und verabschiede mich hier